Hallo, ich bin Marek Schwer, ich bin 14 Jahre alt. Meine Position ist im Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der SV Hölzerbrock, bei dem ich neun Jahre gespielt habe. Ich spiele seit dieser Saison beim FC Nacht-Villing. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich mich immer weiterentwicke und die Ziele der Mannschaft sind, dass wir den Klassenerhalt schaffen.